Wir machen mal die Werbung mit Katzahn. Hä? Du hast gesagt, du machst das. Was denn? Die Werbung mit uns, mit Katzahn. Wir werden reich. Er ist der Macher. Nicht viel. Ja, sag mich das. Wir machen ein Katzenklo, mit Katzahn und den Beutel daneben und du sitzt daneben und dann kommt unser Spruch. Auch wir Menschen fühlen uns im Katzahn wohl. Geil, auch nicht schlecht. So, willkommen auf YouTube.